Nach 287 Wettkampfbewerben, 28 Teambewerben, also nach 315 Wettkampfsprüngern, beendet heute. Der Papa noch frei, ja. Martin hat seine Karriere und der Fritz Fritz noch darf ihm freigeben. Bitteschön, der Abschiedssprung von Martin. Ein bisschen Wackening in der Luft mit dem Quanz. Das klappt natürlich nicht, weil er hätte mir noch ein paar gute Bildung preisig bringen müssen. Aber das hat er sich natürlich nicht nennen lassen. 16 Jahre Skisprunggeschichte Martin Popp sind damit zu Ende. Ja, danke Masch, 7 Mannschaftstitel hat er gewonnen mit Österreich. Einmal bei Rüthia, sechsmal bei Weltmeisterschaften. Das war's und mit dem Mannschaftsbedarf geht's. Kürze weiter.